Am Tucherpark Hirschschauer Straße Chinesischer Turm Bitte beachten Sie die 3G-Regelung in U-Bahn, Bus und Tromm. Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiterhin. Bitte beachten Sie, dass alle Passengers müssen vaccinated, recovered oder testet werden. Sie müssen noch ein FFP2-Face-Covering tragen. Umstieg zur U3 und U6. Change here for U3 and U6. Bitte beachten Sie die 3G-Regelung in U-Bahn, Bus und Tromm. Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiterhin. Bitte beachten Sie, dass alle Passengers müssen vaccinated, recovered oder testet werden. Sie müssen noch ein FFP2-Face-Covering tragen. Endstation Terminus Bitte beachten Sie die 3G-Regelung in U-Bahn, Bus und Tromm. Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiterhin. Bitte beachten Sie, dass alle Passengers müssen vaccinated, recovered oder testet werden. Sie müssen noch ein FFP2-Face-Covering tragen. Mildred Scheelbogen Klopstockstraße Mildred Scheelbogen